Hey Leute, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt einen YouTube-Channel habe. Ihr habt mich dazu überzeugt, ihr habt so viele Anfragen auf TikTok geschickt, dass ich einfach nicht Nein sagen konnte. Und jetzt bin ich hier. Und ich möchte auch gleich anfangen mit dem Thema 1, das mich richtig viel Zeit gekostet hat, um es für mich aufzuarbeiten, und zwar Story. Was für einen Stellenwert hat die Story im Manga, Leute? Mein Lieblings-Manga-Künstler Akira Toriyama sagt, dass für ihn eine gute Story wichtiger ist als gute Zeichnung. Und das muss schon echt was heißen, weil Akira Toriyama sehr, sehr Zeichen fokussiert. Was für einen Tipp kann ich euch geben, damit ihr gute Storys schreibt? Ich gebe euch zwei Tipps, am besten ihr befolgt beide. Hört gut zu. Tipp Nummer 1. Konsumiert viele gute Storys. Damit meine ich Klassiker, Leute. Klassiker der Manga-Geschichte, Klassiker der Filmgeschichte, Klassiker der Anime-Geschichte und Klassiker der Weltliteratur, Leute. Lest auch Drehbücher. Sucht euch euren Lieblingsfilm aus, zum Beispiel. Einer meiner Lieblingsfilme ist das Wandelnde Schloss. Und nimmt Szene für Szene auseinander, Leute. Und versucht zu begreifen, was genau diese Szene so genial macht. Was euch an dieser Szene berührt und was ihr davon für euch selbst benutzen könnt. Schreibt es euch auf, Leute. Aufschreiben ist einer der sinnvollsten Werkzeuge, die ihr habt als Künstler, Leute. Schreibt eure Gedanken dazu auf und fügt den Film wieder zusammen. Und ihr werdet merken, das Ganze besteht aus vielen Einzelteilen, die zusammen eine großartige Geschichte ergeben. Mein zweiter Tipp ist, Leute. Lest ein Buch, das sich mit Story beschäftigt. Also, das euch erklärt, wie Storys aufgebaut sind. Mein persönlicher Favorite ist Story von Robert McKee. Darin geht es zwar um Drehbücher, Leute. Wie man Drehbücher schreibt und wie man Filme konzipiert. Aber das wendet sich auch an für Mangas. Also, macht euch da keinen Kopf. Wisst ihr, was das Erste war, nachdem ich diese Story gelesen habe? Ich habe es gleich noch einmal gelesen, Leute. Weil diese Information wirklich Gold wert ist. Das Buch ist etwas teuer. Ich glaube, es kostet 30 Euro auf Amazon. Aber es lohnt sich echt, Leute. Ihr seht, ich habe richtig viele Zettel reingemacht, damit ich die guten Stellen immer wieder finde. Aber im Grunde ist jede Stelle in diesem Buch mega gut. So, das Nächste, was ich euch empfehlen kann, ist, Leute, lest auch ein anderes Buch. Und zwar eins, das sich mit Literatur im Allgemeinen beschäftigt. Einer meiner Lieblingsautoren ist Vladimir Nabokov. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, Die Kunst des Lesens. Und darin nimmt der Klassiker der Weltliteratur auseinander und fügt sie liebevoll wieder zusammen, Leute. Das ist das, was ihr auch mit Filmen machen solltet. Daher mein Tipp, macht das. Eine Sache ist auch wichtig, Leute. Und zwar eine Sache, die beweist, dass Story wichtiger ist als die Zeichnung. Obwohl mein Künstlerherz schlägt für die Zeichnung, Leute. Ich liebe Zeichnung über alles, aber ich fühle mich besser unterhalten, wenn ich eine Story lese, die gut geschrieben ist. Jedenfalls erklärt das die Tatsache, dass zum Beispiel Mangas wie Naruto oder Elfenlied erfolgreich sind. Alle denken immer, ich mag den Naruto-Künstler nicht, weil er schlecht zeichnet. Das ist Fakt. Aber ich habe unnormalen Respekt vor ihm, Leute. Er hat alleine mit seinen Ideen kompletter Generation beeinflusst. Und das ist etwas, was ich auch schaffen möchte. Deswegen schätze ich ihn als ein Vorbild, Leute. Und bei Elfenlied genauso. Elfenlied ist schlecht gezeichnet. Darüber kann man, da gibt es keine Diskussion. Aber Elfenlied hat echt mein Herz berührt und es zählt wirklich zu einer meiner Favorite Mangas überhaupt. Soviel dazu, Leute. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, was für Themen ihr sehen möchtet, von mir auf meinem YouTube-Channel, schreibt mir auch gerne eure Verbesserungsvorschläge. Ich bin ja noch ein Anfänger. Jedenfalls würde ich mich freuen über eure Interaktion. Und ja, das ist alles für heute. Ich versuche jedes Wochenende ein, zwei Videos zu machen. That's it. Und schreibt mir in den Kommentaren auch, wie ihr mein T-Shirt findet. Das ist mein persönliches Motiv. Das habe ich gezeichnet. Naja, that's it, Leute. Ich wünsche euch was. Bleibt dran. Bleibt echt dran, Leute. Kümmert euch darum. Und ihr werdet mir später danken. Bis bald.